Es wird noch im Hotel, wir sind in der Lobby, wenn wir reinkommen, eine gute Bar, mit verschiedenen Food Snacks, mit Wasser und Lappen, ganz süß gemacht, packt Bücher drauf. Und dann kriegt man beim Einchecken einen Brief, einen gute Brief, einmal für die Besitzung, richtig noch einen Brief für die Besitzung und so. Und wir sollen nicht ins Bett teilnehmen. Und dann kommt man ein Brief in Gült, ein bisschen lieber Gült, wir freuen uns, dass seine Familie bei uns mit ihr oder mit ihr bei uns geordnet ist. Und so haben wir noch einen Brief, den den Flussstuhl, der den Flussstuhl, der den Westwestern, der den Land, der den Land, der den Land, der die Besitzung, der die Sie in Italien, die die Gewalt im Anstande, die die Regio-Stuhl, der die Spalten, die Spalten, die. Vielen Dank.